Danke, liebe Britta. Also Jan-Christian Lewitz, ja? Okay, alles gut. Ja, ich hatte heute Morgen was erzählt, wie wird man Atommüllmann, das wiederhole ich jetzt gar nicht. Jetzt ist mir eingefallen, was könnte ich denn da noch sagen? Also der Punkt war, es ging mal los mit Feuer aus Holz und Benzin, so. Und irgendwann mit Schwarzpulver und anderen Sprengstoffen und was da alles passiert, das will ich ja gar nicht weiter erzählen. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass die größten Pyrumanen zur freiwilligen Feuerwehr gehen? Ich arbeite jetzt in der Kerntechnik. Okay, das war jetzt kein Witz. Der Witz kommt jetzt erst. Ich hatte auch gesagt, manchmal nehme ich in der Plastiktüte den Atommüll mit runter, ja? Weil ich bin ja Atommüllmann. Und dann gucken die Leute so ein bisschen pikiert und ich wundere mich immer, denn mein Strahlmüll, der stinkt ja gar nicht. Was machen die Rümpfen, die die Nase so, ja? Ich sage immer, das stinkt doch nicht. Ich bin nur verstrahlt. Okay, jetzt könnt ihr lachen. Also ich bin verstrahlt. Ich strahle immer, okay? Meistens hier oben, aber ein bisschen Kalium 40 habe ich drin. Wir strahlen alle immer. So, das war für den Einstieg. Was habe ich denn noch zu ergänzen? Also, ich mache so ein paar kleine Ergänzungsdinge, was heute Morgen nicht dabei war. Funktionierendes Energiewirtschaftssystem, in einem funktionierenden Energiewirtschaftssystem gibt es natürlich keine Säue, die zu schlachten sind, wenn die Bedingungen Versorgungssicherheit, technische Sicherheit und kostengünstiger Preis erfüllt werden. Also, in einem marktwirtschaftlichen System gibt es keine Sau zu schlachten. Und solange wir nichts Besseres haben als Kernenergie und ich komme jetzt aus Sachsen, auch Kohle, solange wir nichts Besseres haben, dass diese Bedingungen erfüllt, haben wir da nichts zu schlachten. Und ich bitte darum, dass wir zurück zur Marktwirtschaft kommen und das, was besser sein soll, sich am Markt bewährt. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und über Monate voraus buchbar. Und dann, dann sind wir marktfähig. Und nicht die Speicher soll die Gesellschaft bauen und die Betreiber der sogenannten Erneuerbaren verdienen sich dumm und dämlich an der Einspeisevergütung, die den Sprungpreis inzwischen verdoppelt hat. Das ist kein Markt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich möchte, dass die Wirtschaft funktioniert. Und dazu gehört eben das Elektrizitätsversorgungssystem dazu. Eine kleine Anekdote aus Afrika. Ich hatte erzählt von den Gesprächen mit der kenianischen Kernenergiebehörde, der Regierung dort, die den Bau von Kernkraftwerken plant. Ich hatte nicht erzählt von der Konferenz Afrika Nuclear Business Plattform. Im Oktober 2019, da hatte ich mit einem amerikanischen Kollegen gesprochen, der sagte mir im Juni des Jahres, also Juni 2019, hätte er mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein Vier-Augen-Gespräch gehabt in Berlin. Und der Herr Altmaier hätte ihm gesagt, die Energiewende funktioniert nicht. Aber er hätte ihm auch gesagt, er wüsste nicht, wie er da rauskäme. Ja, also er war, jetzt wird drauf gewartet, Leute, dass was passiert, dass man, dass die Energiewende nicht funktioniert. Okay, wir warten jetzt. Wird das erreicht, wenn die nächsten drei Anlagen abgeschaltet werden? Nein, ihr wisst, dass Kohlekraftwerke schon, die von den Betreibern stillgelegt werden sollten, nicht stillgelegt werden dürfen, weil die Bundesnetzagentur verfügt hat. Nein, die müssen als Backup-Reserve stehen bleiben. Passiert das auch mit einem der Kernkraftwerke? Ich weiß das nicht, wir müssen das abwarten. Kommt das dieses Jahr? Kommt das dann vielleicht erst bei den letzten drei nächstes Jahr? Oder was kommt denn dann? Die Leitungen zum Ausland, die glühen, weil der Windkraftstrom von der Nord- und Ostsee über Polen und Tschechien nach Bayern transportiert wird. Kann man sagen, ist doch scheißegal. Ja, aber im Falle eines Ausfalls eines Großkraftwerkes sind diese Leitungen geplant gewesen im europäischen Verbund, dass dann ein großes polnisches Braunkohlenkraftwerk, ein schickisches Kohlen- oder Kernkraftwerk den Strom nach Deutschland liefert, um diese Einheit zu ersetzen. Wenn aber da Wind- und Sonnenstrom durchgeht, dann funktioniert das nicht, denn die Leitung ist ja schon am Limit. Okay, das sind jetzt alles nur so ganz kleine Bausteine. Wir haben gehört, die Grünen denken darüber nach. Ich habe den Stefan Wenzel, ehemaligen niedersächsischen Umweltminister, angesprochen in Lokum, weil ich gehört hatte, dass er da auch drüber nachdenkt, ja, von den Grünen. Der hatte wohl mal sowas geäußert, wurde aber dann von seiner Assistentin zurückgepfiffen. Und das war in Lokum und da waren noch zwei, drei andere Leute in der Nähe. Und er traute sich wahrscheinlich mit mir zu sprechen, weil das eben nicht, die eigenen Leute wollen nicht, dass man da drüber spricht. Aber ich habe gehört, es soll da sowas geben, ja. Am 16. September bin ich bei den Karlsruher Atomtagen der Grünen in Karlsruhe, eingeladen von der atompolitischen Sprecherin der Grünen, Bundestagsfraktion, Silvia Kotting-Uhl. Die tritt nicht wieder an. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob man, nee, nee, nee mal Leute, ihr sagt immer, es kann nicht, schlimmer kann es nicht werden. Vorsicht, 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 okay. Mit Frau Kotting-Uhl weiß ich, woran ich bin. Wir sprechen miteinander, wir behandeln uns höflich, ich sage guten Tag, wir lächeln uns zu. Ich lobe sie auch manchmal. Und sie ist da ganz umgänglich und anständig und sagt tatsächlich, dass im Endlagersuchgesetz auch dann Optionenoffenheit drinsteht und Partitionierung und Transmutation am Ende nicht ausgeschlossen ist. Sie bevorzugt das zwar nicht, aber sie sagt, es steht drin, dafür habe ich sie gelobt. Dann hat sie sich gefreut, dass ich sie gelobt habe. Und ich sage das auch hier, so muss eine Diskussion stattfinden. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, man muss ehrlich bleiben. Das funktioniert nur, wenn man ehrlich ist. Und ich freue mich auf Karlsruhe am 16. September, zehn Tage vor der Wahl. Ich weiß nicht, wer da alles sein wird. Im Wesentlichen sind das Grüne, aber es waren auch immer EVU-Vertreter da und Behörden und Forschungsvertreter. Und ich darf über atommüllfressende Reaktoren sprechen. Und das deutet ja darauf hin, dass was im Gange ist. Ich habe die Linken angeschrieben. Den Ralf Lenkert, der ist im Umweltausschuss für die Linke. Der hat mir lang zurückgeschrieben, warum er nicht für Kernenergie ist. Und warum die neuen Reaktoren und so, das wird ja nirgendwo gebaut. Ich sage, ich will ja auch nur, dass wir forschen dürfen in Deutschland. Und dass nicht nur in die Endlagerforschung investiert wird, sondern auch, dass wir kein Endlager brauchen. Das gleiche habe ich der SPD geschrieben, der Nina Scheer und dem Michael Thews, auch beide im Umweltausschuss. Die haben dann abgestimmt zurückgeschrieben, dass das ja von vorgestern ist. Und Entsorgungsprobleme werden nicht gelöst. Aber ich habe ja gerade geschrieben, ich wollte mit denen gerne über neue Optionen, was die Entsorgung angeht, sprechen. Also das ist so, da fliegt der Ball an die Wand und kommt zurück. Es wissen aber alle Bescheid. Bei der FDP gibt es ein paar Gespräche im Hintergrund. In der CDU gibt es mit Einzelnen auch Gespräche. Ihr habt noch von einer anderen Partei gehört, die auch noch eine Demo hier macht. Da gibt es mehr Vertreter. Ich mache jetzt keine Werbung. Ich sage auch nur, wie der Stand ist. Also auch mit der Partei bin ich im Gespräch. Ich bin eigentlich mit allen Fraktionen im Bundestag darüber in Kontakt gewesen. Und ich habe auch die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn die nach außen immer sagen, nee, wir wollen nicht. Das sagt die CDU übrigens auch, meine Partei. Sagt immer, also Kernenergie ist von gestern, ja. Aber ich habe ihn hintenrum schon ab und zu mal, ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich sage, ich habe ihn in den Hintern getreten, ist das unhöflich. Also ich habe schon ein bisschen sprechen können und habe dort transportieren können an verschiedenen Stellen. Das geht hier nicht um mich. Es geht nur darum, Leute, engagiert euch. Ihr könnt das alle auch. Geht hin zu euren, egal welchen Parteien. Geht da hin. Weil wir müssen von überall an der Basis sagen, hör mal, warum besteht ihr denn auf dem Endlager? Die schwarze Sürer-Luther, die staatsparlamentäre und staatsregisterium, Umweltministerium, besteht auf der Endlagersuche. Und die ganze Konsens, nationales Begleitgremium und was da alles ist, die wollen alle nur eine Endlagersuche. Und im Gesetz steht aber drin, Optionenheit und Offenheit für Optionen und für die Zukunft. Und ich frage immer, warum sucht ihr nicht die beste Lösung? Warum sucht ihr nur das beste Endlager? Da gibt es keine Antwort. Das ist off-topic. Beste Lösung ist off-topic. Jedes Stück Papier, Glas, Plaste muss recycelt werden, aber im Atomgesetz steht drin, gebrauchter Kernbrennstoff, nur direkte Endlagerung. Warum nur direkte Endlagerung? Warum nicht? Im Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz für alles andere steht drin, Wiederverwendung. Also ein altes Auto wird als Auto dann nach Afrika exportiert, fährt als Auto. Wiederverwertung, das Auto geht in die Schrottpresse und der Stahl wird zu Stahl. Entsorgung ist, was wir früher hatten, das alte Auto geht auf die Mülldeponie, richtig? Also wir machen das nicht. Glas, Plaste, Papier geht wieder in den Kreislauf zurück. Entweder als Flasche, Wiederverwendung oder als Stofflich, als Glas. Und bei Kernenergie werden wir gesetzlich gezwungen, das wegzuschmeißen. Das technische Problem gibt es nicht, das habt ihr schon gehört. Aber die Gesellschaft bekennt sich nicht großartig dazu. Es gibt jetzt eine Ausschreibung des Forschungsministeriums, der Frau Karliczek, zu neuen Reaktorkonzepten. Das ist gerade in der Prüfung. Also ist jetzt vor der Wahl noch eine Ausschreibung rausgekommen. Also da ist ein kleiner Lernprozess, ein ganz kleiner Lernprozess. Und lasst uns hoffen, dass die anderen Parteien von uns allen, auch von euch, Unterstützung bekommen im Lernprozess. Okay, dass wir hier nicht, wir stehen hier jetzt, wer nimmt uns wahr? Wir nehmen uns selber wahr, vielleicht ist mal jemand von der Presse da. Geht hin, seid lästig, ärgert die alle. Geht auf Versammlungen und erhebt den Mund. Nationales Begleitgremium, kann man sich im Internet anmelden. Ich habe das ein paar Mal gehabt, wenn man sich jedes Mal anmeldet, ist das auch sehr frustrierend. Und der Christoph Bader hat sich da auch angemeldet. Ich kann auch andere, die sich da angemeldet haben. Macht das, geht da hin. Die brauchen einfach aus verschiedenen Stellen immer wieder Stimmen, die dieses Thema auf die Tagesordnung bringen. Okay, informiert euch, engagiert euch. Dann haben wir eine Zukunft. Ich danke euch mit strahlenden Grüßen.